Und da sind wir auch wieder. Jo. Wenn ihr wüsstet, wie kacke der Cut jetzt für uns war. Ich hab einfach mal zweimal F9 gedrückt. Ich muss mir das einfach merken. Ich schneid das dann einfach. Das war Minus, aber gut. Matze, ich warte immer noch ein Best-Off von dir. Du hast mal gesagt, irgendwann in irgendeinem Video von DJ zu Neujahr machst ein Best-Off. Das kam nicht. Eigentlich. Und DJ fragst du, bist du sicher, dass du das schaffst? Und er so, ja, ja, ja. Schon klar, sieht man ja. Matze. Regen aus, aber ganz schnell. Sonst raste ich aus. Nee, Regen an. Sonst Matze warm. Boah. Der Rhyme. Oh, wo renne ich denn hin, Mann? Ich hab wieder keine Sachen dabei. Was mach ich hier überhaupt? Was mach ich denn? Verwirrt, Alter. Ach nee, Akne. Hat irgendjemand was von euch zu essen für mich? Nee. Hast du immer noch nichts gebaut dahinten? Doch, aber das wächst ja so langsam wie Arsch, Alter. Wand ist schon mal ganz gut, dann können wir uns Fackeln bauen. Ist das noch nicht gewachsen, Herli? Nein. Ist immer noch nicht voll ausgewachsen. Das ist noch nicht reich. Das eine ist reich. Nein. Guck mal, hör mal zu euch. Welches? Zeig, 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 zeig. Ich hab's schon abgebaut, das war reich. Kann mal ein geiler, Alter. Glaub mir, du weißt doch, auf unserem Server habe ich Landwirtschaft unterbetrieben. Ja, ist ja gut, Landwirtschaft. Der hat eine Ausbildung als Landwirtschaft gemacht. Ich brauchte nämlich nur einen Weizen für ein neues Brot für mich. Jetzt bin ich erstmal wieder zufrieden. Oh, der Herr ist zufrieden. Hab ich selber reich. Soll ich fackeln, Mann? Ja. Junge, wir spawnen gleich wieder alles. Ich seh schon, komm, dann verreckt ich mich mal nen ganzen Stapling. Und dann schneid ich mir selber. Irgendwo rein. Muss ich mir nur raussuchen. Ich brauch was zu essen. Ich freck ab. Ich freck ab. Der kack ab. Ich freck ab. Ich fahr hier fast runter. Sack, was wir lecker sind. Nein, nee. Hast du was zu essen? Ich brauch auch was zu essen. Geil, Alter. Alle brauchen zu essen, Alter. Alles geil. Wo ist denn der Dänzen, Aul? Wer? Ja, hier. Der... 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 Der Dingerns? Der... Ach, mein Matze fehlt. Äh, Matze. Matze fehlt. Wo ist Matze? Wo ist Matze? Wann? Matze wann? Ich bin tot. Wie du bist tot? Ich bin tot. Ich bin tot. Was bin ich in Ruhe? Ich kriege die in Ruhe. Genau. Sollen wir mal ein Wetter abschließen? Wer als erster runterfällt? Matze. Schwer zu sagen. Um den jetzigen Stand schwer zu sagen. Matze. Immer Matze. Immer auf Matze. Was sagst du? Wer fällt runter? Da hinten ist schon die erste Pipa. Die ersten Spinnen sind dahinten. Oh scheiße. Richtig geil. Matze. Geh mal hin. Habe ich direkt Wette gewonnen. Habe ich jetzt nicht gewonnen. Ich baue mich hier zu. Okay. Aber wenn es so weiter geht, könnte ich hier runterfallen, weil bei Regen ja Handwerken, wo nicht ausgeleuchtet ist. Kritisch. Warte, wir haben jetzt heute, ich kann eigentlich eine kleine Hütte hier bauen. Habe ich hier. Oh mein Taktik aber. Es funktioniert. Ich bin die Zombies voll. Warum rechnet sie eigentlich so oft ist die Frage, Mann. Wie oft ist das schon gerechnet hat in den 15 Minuten? Mal Bäume. Äh in den 30. In den 100 Minuten eigentlich, aber. Na was du? Was? 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 Also ich sag ja, dass Matze nachher runterfällt. Ich auch. Auf Matze setzen ist immer safe. Alter. Fakt sowas nicht, dann falle ich echt noch runter. Hätte ich sehr davon an. So. Und ich bin hier erstmal sicher. Ich habe meine kleine Plattform auch so gebaut. Alles mit oberen Half Slabs. Das heißt, bei mir kann definitiv nichts spawnen. Aber ich habe das so gemacht, dass ich auch doppelt habe. Ich mache auch noch so halbe. Gleich. Ja. Ich mache das jetzt einfach so, Mann. So. Ja. Ich gehe eh gleich kaputt, weil ich habe nichts mehr zu essen. Noch eine Keule habe ich. Du auch nicht? Eine Keule habe ich noch. Was hältst du doch zuerst mal? Hä? Was hältst du doch zuerst mal? Hä? Was hältst du doch zuerst mal? Was für eine Keule denn? Was für eine Keule denn? Ja, Minecraft. Hungeranzeige. Hungeranzeige. Achso, lass mal. Das ist eine Keule bei mir. Ja, ja. Ich mach das mal alles eben. Boah, ich kann mir das kurz zu dir. Boah. Alter. Wie viele Tiere haben wir hier? Nein, lass die Tiere leben. Die dürfen nicht sterben. Wenn die einmal weg sind, kommen die nicht. Oha, du hast Monster bei dir, Hardy. Ich? Oh ja, da sind Creeper auf dem Haus. Oha, der greift mich an, der Hurensohn. Oha, Enderman, Enderman. Oha, Enderman, Enderman. Oha, Enderman, Enderman. Ist euer Problem, ne? Oha, Enderman. Der ist bei uns. Der ist bei uns. DJ! Oha, ich glaube ich wird auch sterben hier. Junge, die schießen auf euch. Verpisst dich, Marcel. Okay, nice. Okay, nice. Ja, sorry, ne? Okay, ich setz meine Wetter auf, Marcel. Oha! Guck mal auf wie viel, wie viel, boah, guck wie viele Monster auf deinem Platz sind. Boah! Oha! Ich glaube ja hier. 2 Creeper, 1 Skelett. Das Problem ist, wenn ich hier ein Problem habe, ich komme hier nicht mehr weg. Einfach abwarten, Jungs, einfach abwarten. Der nächste Tag wird. Weißt du, wenn ich, ähm, was zu essen hätte, dann hätte ich hier noch eben alles schnell gepickt, aber ich habe nichts. Oh, Hunter, der Bänger. Marcel, hast du was zu essen? Nein, ich fang an zu sterben. Ja, aber du stirbst nicht ganz. Du stirbst nicht ganz, du gehst auf ein halbes Herz. Ey, also ich bleib bei der Wette bei Marcel. Ich bleib bei der Wette bei Marcel. Ich hab was zu essen. Marcel, wenn du nicht traust, rüber zu kommen? Ja, es tut mir leid, aber du bist einfach gerade momentan echt. Ich freue mich, ich freue. Aua, ich bin runtergefallen. Hast du das Skelette bei dir? Bei mir? Boah, Jun, was hier bei mir los ist. Verpisst euch mal. Mh, was ist hier los? Wie macht man Holzkohle nochmal, Adi? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht mehr genau. Warte, ich guck mal kurz kurz. Au Mist, Alter. Ich probier mich grad aus. Ich kack hier einfach echt ab. Oh, scheiße. Ich hab gar keinen, fuck, ich hab keinen Furnace hier. Ich kann nicht, ich kann nicht sagen. Warte, ich guck mal eben schnell. Guck da scheiß ab. Ja, ich muss jetzt hier bleiben und warten, ne? Auf meiner Insel. Ich bin hier, ich sitz hier fest. Oh. Und hier sind keine Fackeln. Ne, ich chill einfach hier. Ich will jetzt kein Arschloch sein, aber ich glaub, Nils und ich haben momentan eine ganz gute Karte. Gute Karte? Sagt ihr Spieler? Ja, eine gute Karte. Weil, ähm, er war mir momentan ganz gut so, ne? Ach, ihr habt gute Karten. Ich hab wahrscheinlich, wir haben eine gute Karte. Wir haben gute Karten. Junge! Aber Enderman, Enderman. Marcel ist gleich tot. Marcel ist gleich tot. Kommen wir zu dir. Ey, verpiss dich, Junge! Hey, Geh, Marcel, Alter! Weil ich will mir das in Ruhe angucken. Geh wirklich, Alter, geh! Geh! Der stirbt doch beim Regen. Aber warte mal, der Klatsche, Alter. Den hab ich weggeklatscht. So. Muss mich kurz... Problem ist, ich komm nicht auf meine Insel, weil er auch zum Mist... Ja, Hans, ich komm von meiner Insel nicht mehr runter, das ist noch viel schlimmer. Oh, jetzt hab ich mit zwei... Denkst du, ich komm hier runter, Junge? Ich beobachte euch einfach mal ein bisschen, okay? Ich komm hier auch nicht runter. Junge, 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 Junge. Ich guck euch einfach mal ein bisschen zu mit Optikalen. Ja, mach das mal. So, wie macht man denn jetzt? Wir sind alle zusammen, nur ich bin hier alleine und Matze. Matze? Alter, nein! Matze, bist du denn? Ich bin... Junge, was auf meinem Dach los ist, verpisst euch mal, ja. Scheiß hoch, Alter. Ich hätte keine Wette abschließen sollen, ey. Digga, von mir geht's auch ab. Fakt ist, ich werd's gleich runter springen, damit ich ja Leben hab. Bist du blöd? Dann... Du hast einen Tod. Ja. Ich weiß, aber... Dann bist du der Loser, hier. Ihr seht mal auf Tappen, ne? Ich hab auch grad einen Zombie. Stirle! Stirle! Jaaa! Ihr seht mal hier auf Tappen, ne? Da sieht man die Tode, da steht überall 0. Und wenn Hunter eins hat, ist er einfach nur. Grüß euch! Der ist doch so! Oh, Mann! Junge, was soll ich machen? Ich glaub, hier Romo kann nix machen! Wie wär's mit gar nix? Komm, mach ich doch schon! Mach das weiter, das machst du gut! Ja, ja. Lädt mich, ey. Okay. Wann? Ah nein, ah nein, ah nein! Wann, ich beobachte dich, werd's genau drauf haben, wie du verweckst. Oh, mies! Und keiner sieht mich! Man kann Holzkohle machen! Hey, das geht gar nicht! Wie geht das denn? Was los, Hunter? Ich brauch was zu essen! Ja, hab ich auch. Brauch ich auch noch eine Keule, ey! Ich brauch gar nicht, Alter! Nein! Nein! Was, wo? Dieter, hilf mir! Bitte, 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 bitte! Was willst du von mir? Ich will's angucken! Verpiss dich! Kann ich mir auch gar nicht ruhig halten! Leute, das ist ein Zombie! Nee! Gar nicht wahr! Das war, das war nie jetzt! Er baut sich ein! Einbetoniert, Junge! Hunter kann's wieder rauskommen, ist sicher! Er hat getötet! Junge! Was brauchst du für ne Scheiße auf mein Grundschild? Verpiss dich mal! Was soll ich machen? Ich kenn doch nix an! Ich stell mich jetzt den Zombie! Ihr hättet vielleicht mal so anfangen sollen wie ich! Nein! Bei mir läuft doch alles! Hast du nicht? Ich hab doch, hast doch alles bei mir! Aber ich brauch was zu essen! Oh, ich geh jetzt mal hier oben drauf, da hab ich besseren Ausblick! Verpisst euch! Geh mal hier oben drauf, da hab ich besseren Ausblick auf eure... Oh fuck, Junge! Soll ich von hinten kommen? Matze läuft nicht? Matze stirbst du gleich? Nein! Wo bist du denn? Matze stirbst du? Matze stirbst du? Fick dich schon nicht! Nein, nein, der stirbst du! Ich glaub nicht hier! Ich bin der King! Der King! Der King! Mach Jump Run! Ja, bei mir ist grad nur zugucken Leute, es tut mir leid! Aber ich komm hier grad nicht weg und ich kann nix machen! Alter, ich kann auch nix machen, ey! Ich glaub nicht so pech! Ohhhh! Ja, gib mir was zu essen! Du holst einfach ab von mir! Ja, die ist bei mir! Ja, die ist bei mir! Richtiger Bastard, ey! Wo macht ihr denn dann? Geil! Geil! Ich komm jetzt erstmal! Alter! Siehste, Matze ist der einzige, der dir hilft hier! Hier! Warte! Hier! Ja, was soll ich machen wenn ich nix hab? Kann ich nichts geben! Nö, ich hab nichts mehr! Verfiss euch! Ich hab bisschen was hier geteilt! Danke, danke! Ich hab bisschen was hier geteilt! Danke, danke! Das ist geil! Ich teile mich nicht, das ist wie ein Bruder! Ist so! Oh, der Grottante wieder! Oh, scheiße! Was los? Gerbe! Oh, verreckt du Sauer! Du kannst voll sterben! Cool! Jetzt kann ich wieder zurück zu meiner Insel gehen! Hier! Obwohl das sind Leute! Warten Enderman! Nein! Hau den doch nicht! Ne! Guck mal Alter was auf meiner Insel los ist! Da geht's richtig ab! Wir können mich nicht angucken! Jupp, ich geh weg, ihr habt nicht begonnen! Oh nein, ganz kurz! Video-Settings! Du musst die Render-Distance höher stellen, dann seh ich das! Nein! Nein, ich sterbe! Alter, ich hab mich gekotzt! Oh doch! Nie jetzt, Alter! Oh nein! Guck mal hin! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet! Oh nein! 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 Ich brauch Hilfe! Bitte! Matze! Ich sag doch, Matze, du fällig zuerst! Kann ich jetzt wieder zurückkommen? Ist alles safe?! Ich muss eigentlich... Ja, alles inbauen! Alter, dass ihr bei mir nicht draufkönnt! Alles safe! Ja mach einfach Lava falle! Alter, Creeper ist alles safe sein! Ne, hier ist ich brauch Hilfe! Oh nein! Oh nein! Warte ich muss das drauf haben, Matze noch nicht sterben! Alter, was ne? Hier ist ne Zombie Party! Junge, alles kaputt hier. Alter, Creeper, was haben wir noch so gehört? Nein, ich hab einen Pfeiler bekommen! Ja, warte! Warte doch, dafür renne ich sogar! Oh, nein! Oh, bitte Matze, bitte stirb! Der ist am Arsch, der ist am Arsch! Komm! Stirb wie ein Mann und spring runter einfach! Alter, hinter dieser Mauer, ne? Wer sich traut, hat die Eier! Ja, Marcel kommt, aber das wird sein Untergang. Marcel, was? Da ist ein Eier, also wenn du rüber gehst. Ich guck mir das jetzt genau an aus der Ferne. Oh, Marcel, du hast Eier! Ich glaub, er wird sterben. Er wird sterben. Nee, Matze, Matze stirbt. Nein, ich stirb nicht. Matze stirbt als erstes. Wenn, ich bekomme Pfeiler, weil dann klatsch runter. Matze feiert wohl. Ja, Matze ist sicher nicht schön. Jogi, Jogi Marcel hat Eier! Jogi Marcel hat Eier! Ja! Ich muss hier weg! Er hat Eier und er rennt weg, ey. Ich hab keine Eier, Junge, die geh ich für dich. Ich bin lieber der Pussy, Marcel macht. Marcel macht, Junge. Junge, was macht ihr denn da überhaupt? Ich sehe das gar nicht. Alle tot. Nee, wir leben noch zu Skelette. Richtiger, Richtiger Marcel, da muss. Nein! Matze, komm! Ich bin tot! Nein! Bitte! Bitteschön! Ja! Och ne! Wie viel Leben hast du noch, Matze? Oh ja, geht. Also drei Herzen. Du weißt, bei Lowheel hört die Freundschaft auf. So. Das gilt auch für Minecraft. Matze! Marcel! Bitteschön! Das macht dann 50 Diamanten. Loll Enderman! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Alter, ich schwitze schon. Auf meiner Insel ist schon wieder Party, Alter. Ich hab Partyinsel. Nein! Meine Bäume brennen! Nein, scheiße! Loll! Hat das Bäume! Hat das Bäume! Hey, es regnet doch! Das macht überhaupt keinen Sinn! Warum brennen meine Bäume? Alter, welcher Bastard? Welcher Bastard macht die ganzen Mobs auch zu uns, ey? Ja, ich musste da weg. Warum brennen die? Hunter, Cobble Storm Generator? Ja! Du bist ein intelligentes Kerlchen, du. Nein! Wie alles brennt! Es brennt einfach alles! Oh, sah schön aus! Scheiße! Ja, Hunter, dann bau doch noch so viele ab, wie geht! Hunter, dann sieh doch zu, dass das nicht auf die anderen Bäume überschlägt! Mann, da sind zu viele Monster! Er muss einfach die Bäume abbrennen lassen! Hey, Hunter hast du Sepplings, weil sonst kriegen wir nie wieder Dschungelholz, ne? Hunter, komm! Nee! Ich hab da keinen! Oh! Wir kriegen ja nicht wieder Dschungelholz! Weil dann in der Insel ist es einfach verbrennt! Dann holt euch da ein paar Sepplings, jetzt komm! Ich hab wieder nur noch drei Keulen! Oh! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Alter, hier kracht es doch schon wieder! Junge, warum regnet es eigentlich so viel? Was ist das für eine Scheiße? Ach nee! Komm, komm Hans, wir gehen rüber! Wir picken die jetzt! Ja, ich guck mir das gerne an! Oh, schön Dieter, dann kann ich mir das direkt anziehen! Alter, nur nichts! Alter, nur nichts! Wir machen uns voll Kino hier! Warte mal ganz kurz! Ich geh kein Risiko ein bei diesem Projekt! Nein! Was ist das denn? Alter! Ja, komm! Ja, komm! Oh, bitte! Bitte! Ich hör das sehen! Oh, jetzt brauche ich Optifine zum Zoom, ey! Oh, Junge, warte! Ich mach uns die Sitz hin! Ich mach uns die Sitz hin! So, ich hab uns die Sitz hin gemacht! Komm, setz dich! Setz dich, mein Junge! Lass doch einer! Kick den runter! Schmeiß nur runter! Jaaa! Egal, ich mach weiter! Sehr gut! Schade! Show beendet! Klatsch ab, Bruder! Oh, Mann! Schade beendet! Hier! Ah! Ich hab da noch 3 Härchen! Vorne wirst du die Lärm ausfallen! Ich sag dir, irgendeiner von denen bringt sich nur um! Hä? Weil, wie viele Minuten sind wir denn schon wieder? Äh, oh, 30 jetzt! Oh, nein! Oh, schon wieder? Sind wir jetzt bei 30, neue Folge, oder wie? Gott, ey! Ja, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, würd ich sagen! Haut rein! Tschüss! Ciao!